So, einen wunderschönen guten Tag, hier ist die Turbo Schmiedert 30. Ihr habt es sicher schon überall mitbekommen, an manchen Tankstellen muss man jetzt für Luft Geld bezahlen, um einmal seinen Reifen aufzupumpen oder seine vier Reifen vom Auto aufzupumpen oder vom Mofa oder vom Fahrrad. Muss man nochmal Geld bezahlen. Was soll dieser Spaß sein? Wieso muss man für Luft Geld bezahlen? Was soll dieser Müll? Man kann doch einfach die Luft umsonst machen an den Tankstellen. Man bezahlt ja schon den Sprit, der schon viel Geld kostet. Da kann man doch die Luft umsonst lassen. Nur weil die Totaltankstelle jetzt für Luft Geld verlangt. Was soll der Schwachsinn? Wieso lässt man einfach nicht die Luft gratis? Weil man tankt ja nur seinen Reifen voll. Und ja, was ist der Mist? Man wirft Geld ran, um einmal seinen Reifen vollzupumpen. Was macht man, wenn man einen platten Reifen hat und man hat kein Geld dabei? Das ist doch völliger Schwachsinn und völliger Plötzinn. Was hat sich da die Totaltankstelle für einen Müll ausgedacht, dass die für Luft Geld verlangt? So einen Schwachsinn braucht kein Mensch. Ja, ich finde sowas einfach nicht in Ordnung, dass wir jetzt noch für Luft Geld zahlen müssen. Man lässt es einfach wie an der ED-Tankstelle. Da bezahlt man für Luft nämlich nichts. Da kann man nämlich schön umsonst noch den Reifen aufpumpen. Mal so ist es nämlich richtig, weil für Luft muss man kein Geld zahlen. Das finde ich total unwürdig und scheiße, weil das ist einfach unfair. Warum soll man für Luft Geld bezahlen? Man braucht nur seinen Reifen auf, damit man Luft im Reifen hat. Und dafür soll man in so einem Automaten, wo die Luft drin ist, einfach Geld bezahlen, damit man seinen Reifen aufpumpen kann. Was bringt das? Das haben fast alle Tankstellen nicht. Bei der Reih kann man noch umsonst Luft in seinen Reifen machen. Und bei der ED-Tankstelle, die haben es noch nicht, dass man da Geld zahlen muss. Aber die Totaltankstelle verlangt nur für ein bisschen Luft Geld. Liebe Totaltankstelle, was habt ihr euch da für einen Schwachsinn ausgedacht, dass man bei euch, um extra die Luft voll zu machen, Geld zahlen muss? Was bringt das euch? Macht ihr damit Umsatz, damit eure Kunden, wenn sie Reifen aufpumpen wollen, da Luft bezahlen müssen? Macht das einfach wieder umsonst und dann sind alle Kunden auch wieder zufrieden. Für Luft muss man kein Geld zahlen. Es reicht schon, wenn man mit der Benzin bezahlen muss, aber für Luft an Tankstellen muss man echt kein Geld bezahlen müssen. Das Punkt ist totaler Irrsinn und Spaß ist einfach nur Abzuckerei, dass man für Luft neuerdings Geld bezahlen muss. Gut, in diesem Sinne habe ich jetzt mal mit dem anderen dazu gesagt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das findet, ob das gerechtfertigt ist, dass man jetzt neuerdings für Luft Geld zahlen muss an Tankstellen oder würdet ihr es auch schön finden, wenn man für Geld nicht mehr bezahlen müsste, wenn das überhaupt sonst wäre. Also in diesem Sinne abonniert diesen Kanal, lasst ein Dämpchen nach oben da, teilt das Video mit euren Freunden oder mit wem auch immer. In diesem Sinne wünsche ich der ganzen Turbo-Schmiede-Community ein wunderschönes Wochenende. Bis dennne.